Und Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Ram Reader, eine erneute Specialized Edition, der den Panzer 1C vorführen will. Der Schnellste. Der Schnellste. Na denn, stell dich auf zwei Runden Hardcore 5 gegen 1 ein. Affischier's nah, es ist leer im Gegend. Ja, ja, das 5 für 40 Schuss aus den Nebeln. Ja, ist so geil. Der Panzer 1C ist wirklich wunderbar. Den Bergroten habe ich fast einen 90er geschafft mit dem. Dieser Überwahnsinn, der Kiste. Die letzte Männerflag. Aber das ist echt so ekloph. Du siehst irgendeinen anderen Dreier-Panzer, du legst das Magazin drauf, der ist weg. Na klar, der ist schon fluffig, ja. Was geil ist, der Schuss macht alle 8 Schaden oder so, oder? Aber es läppert sich zusammen. Es läppert sich gewaltigst zusammen. Und du schlägst, du haust beruchtlich. Wenn du so eine LC fährst, Auto-Aiming, geht schon. Boah. Das wird jetzt interessant, ja? Ich frage mich nur, wohin er fahren wird. Stimmt. Oh, das könnte jetzt irgendwie interessant werden. Ani Sol ! Sechst! Sound für den! перевteShein Kn watched each other Christian du hast Rekord aufgestellt, nicht schlecht Core Slayer Ich bin gehabt, du hast dich übert. Ja, jetzt kommt die Revanche, vielleicht schaffen wir es diesmal mit 30 Sekunden Wie ist man mit mir? Ich bin ein bisschen schwerer. Die längste Jogd ist eh mit mir gelungen, oder? Mit der alle 70er-Rate. Entweder das, oder wir haben vor zwei Folgen einen neuen Rekord aufgestaltet. Das müsste man noch nachschauen. Ah, da mal checken. So, jetzt haben wir die Längden betätigt. Wie viele Teile gibt es eigentlich schon? Ich glaube, 13 ist dann dabei online. Wenn die Folge hochkommt, sind dann 15 online. Du bist ein wahnsinniger Mann. Ja, besser. Der dritte Teil, den wir heute schon machen wollen. Ich wollte immer noch die Special Editions. Die sind schon lang oben, muss gleich mal schauen. Achso, im Geflüster. Ja, du müsstet ja mal zusammen. Ich möchte zur Zeit, wir nehmen bei euch nach. Leute, aufzeilen, nicht alle mehr nach. Ja, ich denk's mir gerade, warum fahren alle hinunter an? Ich würde einfach mal auf alle Lemmings-Teile. Christian, ich werde jetzt Geflüster einfach die ganze Playlist einbuchen. Hula ist schön. Da ist er. Okay. Warte, da ist eine Hauswandscheibe. Also, neuer Tagesrekord, sind schon ein paar Sekunden mehr. Scheiße. Hui. Okay, ich kann wieder anbauen. Boah, der ist schnell. Boah, der Punkt ist schnell. Oh Gott. Ich tat ihm so gern hinterher. Er ist wendig. Ich glaube, er ist der schnellste auf den Gerade von allen Batschen. Ich glaube, er ist der schnellste Batschen am Spiel. Ich glaube, er ist der schnellste Batschen am Spiel. Ich glaube, er ist der schnellste Batschen am Spiel. Huch, jetzt kannst du drauf an, wie wir abdäumen, hä? Hallo, Christian. Boah, der Hunde brettert vorbei. You bist du zufrieden. Servus. Warum ist das denn los? Ich kann über die Schnellen von der Batschen am Mauer. Gas, Gas. Stani, was wird denn das? Obdrengen. Ah, ich wäre vom Leopold abgedrängt. Vom Leopold vor allem. Ja, Leopold. Dieser große Bahnbildschirm von Girls'n'Panzer und der Leopold draufsteht. Genau der. Ja, der hat mir. Da hat er nicht mehr raus. Zub. Die Batschen sind lang, so was ist denn jetzt los? Verkehrte Welt. Du bist nicht wie lang, so will ich schon mal. Ich hole die ein. Ja. Ich schiebe halt so ein, da. Das ist eine Ahnung, sie macht dich schwerer. 10 Kilo Lack und Leder. Lacker. Lack, Leder, Stahl, Banserungen. Blödes Gebäude. Das war echt unverschämt klar in der Mückenbord. Boah, jetzt haben wir mir durchs... Boah, ihr habt das ganze Haus weggekramt. Scheiben. Maria, naja. Da steht es warm. Leo und... Ja, jawoll. Aber er ist total sensibel. Schick, für ihn. Scheiße. Verfeilt. Aber ich hab die getroffen. Stopp, seit 2 Minuten. Naja, das Problem ist, beschleunigen tut er doch nicht so optimal und fallen erst extrem sensibel auf Armstöße. Okay, das war, glaube ich, die kürzeste Folge Let's Ram Rita, die wir je hatten. Dann wäre ich noch einmal die Racing-Ratte nehmen. Nicht schlecht, ja. Aber bei der nächsten Folge. Ständiger. Und bis dahin, Leute. Tschüss und bis zum nächsten Teil. Adios.